Ronald Reagan Hanegar hat zwei Fernsehaugen Maschinen regieren die Welt Maschinen regieren die Welt Maschinen regieren die Welt Maschinen regieren die Welt Aha! Maschinen regieren die Welt Maschinen regieren die Welt Maschinen regieren die Welt Maschinen regieren die Welt Aha! Ah-ha! Ah-ha! Ronald Reagan hat einen Himmel aus Kruppstahl. Er hat nur einen frischen Fall, einen Herzschriftmacher. Mackie Fletcher hat einen eingebauten wie Pfadjobs. M.J.S. hat eine künstliche Niere. Volker Börner hat ein Computer geirrt. Vorsor mit den Rohr hatten, Speerbauchträger. Denkst ja auch, Wink hat ein Kugelager. Helmut Schmiller hat einen Elektrobenen. Ulker hat eine hydraulische Nachte. Und er hat zwei Fernsehsaugen. Rundsang im Frieden imhdelden macht Machinen regieren wir die Welt. Machinering regieren wir die Welt. Machinering regieren wir die Welt. Machinering regieren wir die Welt. Aha! Maschinen regieren die Welt. Maschinen regieren die Welt. Maschinen regieren die Welt. Maschinen regieren die Welt. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.